Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Tage, sonnige Tage, verdammt warme Tage, oder? Wahnsinn! Also hier in Köln, die Leute sind wirklich im T-Shirt rausgegangen und mein erster Instinkt war, ich habe mich mega gefreut. Ich dachte mir, wie geil ist es, der Sommer ist zurück. Aber als meine Mama mir dann erzählt hat, dass ihr Kirschbaum wieder blüht, tat mir das richtig leid, weil der so verwirrt war. Der arme Kirschbaum, der dachte, jetzt ist endlich der Frühling, kurzer Winter, aber wir haben es geschafft. Und jetzt kommt irgendwann dann der richtige Winter und dann geht der dann kaputt, der Kirschbaum. Das tat mir auf jeden Fall leid. Der ist vom Wetter richtig hops genommen worden. Ansonsten war jetzt ja Halloween. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich gar nicht richtig gefeiert habe. Also ich war in so einer geselligen Runde, wie man so schön sagt. Aber ich war jetzt nicht im Club oder so. Ähm, ich hatte da gar keinen Bock drauf. Also ich bin schon eine kleine Tanzliese. Ich mag es eigentlich ganz gern, tanzen zu gehen und auszugehen. Aber die Vorstellung, dann irgendwie in einem knappen Kostüm, in irgendeinem Club zu hängen, hier auf den Kölner Ring, so halb am erfrieren und dann auf den Stöckelschuhen nach Hause stöckeln. Der eine Fuß tut total weh. Man hat ihn sich auch irgendwie ein bisschen angeknackst und ah, ne. Das war es einfach nicht für mich dieses Jahr. Wart ihr feiern oder wart ihr auch Team? Lass das mal die Kids machen. Ich muss sagen, das war auch noch eine lustige Erfahrung. Denn zum ersten Mal haben dieses Jahr Kinder bei mir geklingelt, um nach Süßes oder Saures zu fragen. Und ich dachte mir, wie krass ist es? Weil normalerweise bis gefühlt gestern noch war ich selbst das Kind, was irgendwo geklingelt hat. Und jetzt war ich einfach die Frau, die dann aufgemacht hat und Süßigkeiten verteilt hat. Und zum einen oder anderen Kind habe ich dann nochmal gesagt, oh, ihr seht aber gruselig aus und das ist ja ein tolles Kostüm. Und da dachte ich mir wirklich, Wahnsinn, jetzt bin ich erwachsen. Ich habe offiziell Süßigkeiten an Kinder verteilt. Ich bin erwachsen. Hin und wieder einen Kommentar zum Kostüm gemacht. Ach ja, ich bin richtig angekommen. So viel zu Halloween und Co. Und um thematisch direkt bei etwas Gruseligem und Abscheulichem zu bleiben, möchte ich euch jetzt den heutigen Fall erzählen. Um euch ein bisschen darauf einzustimmen, könnt ihr euch Folgendes vorstellen. Ihr seid bei der Arbeit oder auf dem Weg nach Hause. Ihr seid alleine, geht mit den Gedanken vielleicht nochmal den Tag durch, träumt ein bisschen vor euch hin und auf einmal steht da ein Mann vor euch. Ihr erschreckt euch vielleicht kurz, aber dann bemerkt ihr, dass der Mann gut aussieht, dass er freundlich wirkt und sogar ein bisschen unbeholfen rüberkommt. Vorsichtig fragt der Mann, hey, ähm, Entschuldigung, hast du eine Minute für mich? Ich brauche kurz deine Hilfe. Er erzählt dir, dass sein Auto liegen geblieben ist, ob du ganz kurz mit anpacken könntest. Und ja, es war ein langer Tag. Du bist frühmorgens aufgestanden, hattest seitdem keine Pause, um zu verschnaufen, aber du bist ja auch ein guter Mensch. Und deswegen entscheidest du dich dazu, diesem Mann zu folgen. Du läufst hinter ihm her, in Richtung Auto. Und dort auf dem Seitenstreifen steht dann sein Auto. Ihr beide nähert euch dem Fahrzeug. Er bittet euch, einmal in den Kofferraum zu schauen. Und da verspürt ihr von hinten nur noch einen dumpfen Schlag. Und dann ist es dunkel. Theodore Cowell kommt in einem Heim für alleinerziehende Mütter zur Welt. Seine Mutter ist damals 22 Jahre alt. Sein Vater ist unbekannt. Zustände, die für die damalige Zeit ein absoluter Skandal waren. Es gibt Gerüchte um Theodores Vater. Die einen meinen, er war ein Marshal. Die anderen behaupten, er sei ein Veteran bei der Air Force gewesen. Anderen Gerüchten zufolge war sein Vater Jack Worthington. Wieder andere behaupten, sein Vater könne sein eigener Großvater gewesen sein. Keine dieser Mutmaßungen wurde jemals bestätigt. Und die Familie entscheidet sich schon früh dazu, diese Umstände zu vertuschen. Sie errichten ein Lügenkonstrukt. Und in eben diesem Konstrukt wächst Theodore, den alle nur Ted nennen, dann auf. Da die Familie sehr religiös ist und eine uneheliche Schwangerschaft nicht duldet, wächst Ted damit auf, dass er seine Mutter für seine Schwester hält. Seine Großeltern geben sich als seine Eltern aus. Jahrelang ist Ted dann in dem Glauben, dass seine Mutter in Wirklichkeit seine Schwester sei. Das Familienleben ist nicht besonders einfach. Gerüchten zufolge war gerade Teds Großvater gewalttätig und sehr, sehr streng. Es heißt, er habe Teds Mutter und Großmutter immer wieder geschlagen und misshandelt. Und so wächst Ted dann damit auf, dass Gewalt an Frauen etwas Alltägliches ist. Etwas, das er jeden Tag beobachtet und in dieser Familie normal zu sein scheint. Irgendwann zieht er dann mit seiner Mutter nach Washington. Dort verliebt sie sich neu. 1951 heiratet sie Johnny Bundy und Ted bekommt seine Nachnamen, was ihn dann zu Ted Bundy macht. Aber auch in der neuen Familienkonstruktion scheint es Reibereien zu geben. Teds Mutter bekommt mit seinem Stiefvater neue Kinder und Ted mag den Stiefvater nicht so richtig. Also ihm gefällt diese ganze Konstruktion nicht so. Er hätte sich eher einen Mann mit Geld gewünscht. Ted ist der Status und das, was man nach außen trägt, schon sehr früh sehr wichtig. Er nimmt es seinem Stiefvater übel, dass dieser aus der Arbeiterklasse kommt, dass er nicht so viel Geld hat und keinen Akademiker-Status besitzt. Ted ist sehr intelligent und weiß schon früh, was er will. Er will nach außen hin ein bedeutender Mann sein und etwas Großes in seinem Leben erschaffen. Er hat keine Probleme in der Schule, komplexe Aufgaben versteht er schnell und bringt gute Noten nach Hause. Allerdings fällt es ihm sehr schwer, Freunde zu finden. Es ist die soziale Komponente, an der es bei Ted hadert. Schon als Kind strahlt er eine gewisse Dunkelheit aus, irgendetwas, was einem Angst macht. Er hat eine Faszination für alles Morbide, für den Tod und für Mord. Im Teenager-Alter ändert sich sein Verhalten zum Schlechten. Er fängt mit kleinen kriminellen Machenschaften an. So schleicht er zum Beispiel durch die Viertel und beobachtet Leute durch ihre Fenster. Er stiehlt kleine Dinge und zeigt keine Reue, wenn er mal erwischt wird. Und an der Stelle ganz kurz die Frage an euch. Habt ihr schon mal kleine kriminelle Taten begangen? Ich habe die Theorie, dass jeder von uns schon mal etwas Kleines gemacht hat. Aber ich werde jetzt hier nicht die Erste sein, die sich outet. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und vielleicht verrate ich dann die ein oder andere kleine Tat von mir mal im nächsten Video. Spoiler, es ist wirklich nicht so spannend. Also ich habe jetzt nichts Großartiges verbrochen. Aber es interessiert mich ja doch mal, was ihr schon so angestellt habt. Nach der Highschool schreibt Ted sich an der Universität in Washington ein. Er möchte dem Ziel eines erfolgreichen Akademikers endlich näher kommen. In seinem ersten Studienjahr lernt er dann Diane Edwards kennen und ist sofort verknallt. Diane verkörpert all das, wonach Ted sich schon immer gesehnt hat. Sie ist schön, sie kommt aus gutem Reichenhause und ist eine richtige Trophäe, wenn man eine Frau jetzt hier als Trophäe und damit als Objekt bezeichnen möchte. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Sie ist so ein Trophy-Wife. Jemanden, den man in einer gehobenen Runde gut präsentieren kann, der sich schick an seiner Seite macht. Klingt fast so, als hätte er sie gewissermaßen auch als Accessoire gesehen, um diesen perfekten Traum irgendwie zu vollenden. Die beiden beginnen schon bald eine Beziehung miteinander und es ist Teds erste richtige Beziehung zu einer Frau. Und eben diese Beziehung wird einen bleibenden Eindruck bei Ted hinterlassen. Dazu später mehr. Er sagte über sie, sie ist ein gut gekleidetes, schönes Mädchen, sehr sympathisch, schönes Auto, tolle Eltern. Und ich glaube, dieser Satz macht wirklich klar, was ich gerade versucht habe zu erklären. Sie hat einfach all diese Punkte erfüllt, nach denen Ted sich selbst gesehnt hat. Klasse, soziale Kompetenz und Geld. Für eine Freundin, die ich zum ersten Mal hatte, war es also gar nicht schlecht, sagte er. Oft hat Ted aber mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen. Er hat das Gefühl, Diane sei eine Nummer zu groß für ihn, zu schön und zu reich. Er fühlt sich klein neben ihr und entwickelt neben der Liebe zu ihr, auch einen gewissen Hass. Er verbringt viel Zeit damit, sie zu beeindrucken. Er ist bereit, alles dafür zu tun. Von der Arbeit für den republikanischen Kandidaten für Seattle bis hin zu einer Reihe von Bewerbungen bei juristischen Fakultäten hin, macht Ted alles, um sowohl Diane als auch ihre Eltern zu beeindrucken. Immer wieder buhlt er um deren Anerkennung. So sagte er, Sie inspirieren mich dazu, mich selbst zu betrachten und mehr zu werden. Was ja auf der einen Seite sehr schön ist, dass man durch seinen Partner die Motivation bekommt, etwas mehr aus sich herauszuholen. Auf der anderen Seite zeigt es auch, dass er das Gefühl hat, noch nicht genug zu sein. Dass er irgendwo mehr werden muss, um Diane und ihrer Familie gerecht zu werden. Und das ist natürlich Quatsch. Ihr seid gut genug und verdient alle Liebe der Welt, so wie ihr seid. Ihr müsst niemals für einen Partner mehr aus euch rausholen. Ihr seid toll, genauso wie ihr seid halt einfach. Aber wenn ihr natürlich an euch arbeiten wollt, dann ist das auch was Schönes und was Feines. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was schwierig war bei Ted, weil es nicht mehr unter dem Motto stand, ich möchte ein bisschen mehr aus mir rausholen, sondern eher unter dem Motto, okay, ich bin auf jeden Fall nicht gut, so wie ich bin und ich muss ganz viel mehr machen, sonst wird sie mich verlassen und sonst wird sie merken, was ich für ein Loser bin. Und das ist dann nicht so gesund. Hobbypsychologe Lucia hat gesprochen. Das Ganze wird noch ein bisschen deutlicher in dem Moment, in dem Ted eine schwere Phase und Rückschläge erlebt. Er wird nämlich von den juristischen Fakultäten zunächst abgelehnt. Und ob es direkt was damit zu tun hat, ist fraglich. Aber die Beziehung zwischen den beiden bröckelt in dieser Phase ganz gewaltig. Im Laufe des Sommers beendet Diane dann die Beziehung. Ted sagt, sie hörte auf, mir zu schreiben und ich begann, Angst davor zu haben, was sie vorhatte. Ich hatte diese überwältigende Angst vor Ablehnung, die nicht nur von ihr, sondern von allem ausging. Irgendwo da drin war der Wunsch, mich an Diane zu rächen. 1972 macht Ted dann seinen Abschluss in Psychologie an der Universität von Washington. Zuvor lernte er aber eine neue Frau kennen. Sie heißt Elizabeth Klöpfer und weil ich ja das TH nicht aussprechen kann, werden wir sie einfach Liz nennen. Und sie hatte auch eine Tochter, die war sechs Jahre alt. Als alleinerziehende Mutter, vor allem in der damaligen Zeit, hatte Liz wirklich eine harte Phase hinter sich. Sie war alkoholkrank, sie war einsam und freut sich sehr, als Ted eines Abends auf sie aufmerksam wird. Zwischen den beiden ging das alles wohl auch ziemlich schnell. Also die haben sich getroffen, kennengelernt und das Wochenende darauf sind die beiden sofort verreist. Und Ted ist seitdem 24-7 für Liz und ihre Tochter da. Und Liz sagt, Ted war warmherzig und liebevoll. Sie beschreibt ihn als jemand, der einfach da ist, der sich kümmert und ja, der sie mit Geld und Liebe und Aufmerksamkeit unterstützt hat. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Liz es am allermeisten benötigt hat. Ted sagte einmal über seine Liebe zu Liz, Ich habe sie so sehr geliebt, dass es destabilisierend war. Zwischen den beiden scheint es also richtig gut zu laufen, bis die ersten Merkwürdigkeiten auftreten. Merkwürdigkeiten? Gibt es das ein Wort? Das klingt gerade so falsch. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Merkwürdigkeiten. Keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal einfach nicht mehr sprechen könnt? So geht es mir heute schon den ganzen Tag. Grüße gehen raus an meinen Cutter. Der Arme muss sich hier die ganze Zeit schon meine Wortsuppen anhören. Naja, auf jeden Fall sind immer mehr seltsame Dinge aufgetreten. So hat Ted zum Beispiel panische Angst davor, dass Liz sich die Haare schneidet. Sie muss ihre Frisur auch immer auf eine ganz besondere Art und Weise tragen. Es soll immer der Mittelscheitel sein. Alles andere ist verboten. Ich weiß, ich schweife gerade viel ab, aber ich hatte da tatsächlich auch eine Diskussion mit einer Freundin drüber. Inwiefern sollte der Partner etwas zur Frisur sagen dürfen? Ich finde nämlich gar nicht. Klar ist es irgendwie schön, wenn man darauf achtet, dass man sich für den anderen hübsch macht und dass man einander gefällt. Aber wenn die Liz einen Seitenscheitel tragen will, dann soll sie das verdammt nochmal machen dürfen. Und wenn ihr euch die Haare bunt färben wollt, aber euer Partner sagt, nee, ich mag blond lieber, dann ist das das Problem von eurem Partner. Weil es sind halt eure Haare. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Da gab es letztens eine hitzige Diskussion. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall geht es Ted in der Zeit richtig gut. Er ist in der gefestigten Beziehung mit Liz. Nach außen hin wird er immer selbstbewusster. Er läuft aufrechter und steht mit beiden Beinen im Leben. Er beginnt auch damit, sich immer mehr in politische Angelegenheiten einzumischen. Er liebt es, irgendwo zu stehen und reden zu schwingen und seine Meinung zu verkünden. Und es kommt an. Die Leute bezeichnen ihn als charismatisch, als liebenswürdig, als intelligent, als engagiert und gut aussehend. Bei den meisten Menschen erweckt er sofort ein gewisses Vertrauensgefühl. Und eben dieses Gefühl macht es ihm leicht, nun mit seiner Mordserie zu beginnen. Keiner will diesem Mann einen Wunsch ausschlagen. Niemand vermutet etwas, wenn er fragt, ob man ihm nicht kurz mal helfen könne. Ein gut aussehender, fein gekleideter Mann, der selbstbewusst wirkt, hilfsbereit und engagiert. Es ist umstritten, wann genau Ted seinen ersten Mord wohl begangen hat. Außerdem ist umstritten, um wie viele Morde es sich eigentlich handelte. Um die 30 Morde konnte man ihm nachweisen. Die Dunkelziffer könnte aber weit über 100 liegen. Die meisten glauben, dass Ted seine Mordserie 1974 begann. Zu dieser Zeit verschwinden in Seattle jede Menge Frauen. Bald kursieren erste Gerüchte. Die einen sagen, ein Mann mit dunklen Haaren würde darunter stecken. Ein junger Mann, der gut aussieht. Ein Mann, der auf den Namen Ted hören würde. Immer wieder spielt auch das Auto dieses Mannes eine Rolle. Weil er seine Opfer zu eben diesem Auto lockt und dann mit ihnen verschwindet. Und das Gemeine ist hierbei, dass die Freundlichkeit der Frauen, die Hilfsbereitschaft ihnen zum Verhängnis wird. Die Frauen, die gesagt haben, ey, ist mir so egal, ob du einen Platten hast, ob dein Auto nicht mehr funktioniert oder was auch immer. Ich mache hier mein Ding weiter. Frag wen anders. Die Frauen hingegen, die ihre Hilfe angeboten haben, die sind dann häufig verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ted geht dabei sehr, sehr grausam vor. Er schlägt die Frauen häufig. Sind sie einmal tot, vergeht er sich an ihren Leichen. Die Leichen versteckt er dann so, dass er sie wiederfindet, um sich in den darauffolgenden Tagen wieder an den Leichen zu vergehen. Mindestens zwölf seiner Opfer wurden durch ihn enthauptet. Einige der Köpfe soll er für eine gewisse Zeit lang in seiner Wohnung als Trophäen aufbewahrt haben. Er scheint durch diese grausamen Taten einen sexuellen Trieb befriedigen zu wollen, deswegen zu töten. Zu dieser Zeit fallen Liz immer mehr Kleinigkeiten in der Wohnung auf. Dinge, die nicht zusammenpassen. Einmal findet sie ein Fleischerbeil in Teds Schreibtischschublade. Immer wieder sieht sie Frauenklamotten, Haarspangen oder so, von denen sie weiß, dass es nicht ihre sind. Wenn immer sie versucht, Ted damit zu konfrontieren, dreht er sofort durch. Sie solle aufhören, in seinen Sachen herumzuschnüffeln. Sie sei so neugierig und er brauche seine Privatsphäre. Und als sie ihn einmal wieder darauf anspricht, schreit er, Ich werde dir den Hals brechen, wenn du mit irgendwem darüber sprichst. Irgendwann findet Liz dann Frauenunterwäsche. Und als sie ihn damit dann konfrontiert, bedroht er sie wieder. Liz gibt dann irgendwann auf. Sie hat das Gefühl, dass Ted eine Affäre hat. Sie ist einfach super traurig, ihr Herz ist gebrochen, aber sie ahnt ja nicht, was wirklich dahinter steckt. An einem Abend sagt sie zu ihm, Was ist das? Und er antwortet, Wenn du das jemals jemandem erzählst, schlag ich dir deinen verdammten Kopf ein. Zwischen Liz und Ted ist es ein ewiges Auf und Ab. Es ist eine verdammt toxische On-und-Off-Beziehung. Und Ted weiß, wie sehr Liz ihn liebt und wie sehr sie ihn braucht. Beziehungsweise wie sehr sie denkt, dass sie ihn braucht. Weil, ne, die Gute, die braucht kein Mann, die schafft das alles auch so. Aber wenn man einmal verliebt ist und in diesem toxischen Wirrwarr drin, ist es natürlich schwer, da rauszukommen. Und genau das nutzt Ted aus. Er ist ein Narzisst durch und durch und er hat es raus, die Leute wieder für sich zu gewinnen, sollte er sie einst verloren haben. Zu Liz zu kommen und zu sagen, Hey, ich hab dich so vermisst. Ich liebe dich so sehr. Nimm mich zurück. War ein leichtes für ihn. Er war charismatisch. Er konnte die Leute von sich überzeugen. Und so schaffte er es, neben der Beziehung mit Liz, wieder mit seiner Ex Diane zusammenzukommen. Diese Beziehung ließ er aber nur ganz kurz aufleben. Man vermutet, dass er Diane nur beweisen wollte, was er in der Zeit, in der sie nicht zusammen waren, so erreicht hat. Oft spricht er von Heirat, sagt Diane, sie sei die Liebe seines Lebens und er habe sie so vermisst und er wolle einfach, dass sie seine Frau ist. Und bla bla bla, ihr könnt es euch vorstellen. Auf jeden Fall ließ er Diane in der Sekunde fallen, machte auf brutalste Art und Weise mit ihr Schluss, in der er sich ihrer Liebe wieder sicher war. Die ein oder anderen gehen davon aus, dass Ted jahrelang geplant hat, Diane irgendwann auf diese Art und Weise weh zu tun. Dass all das, was er sich erkämpft hat, den Abschluss, den er gemacht hat, seinen Status, an dem er gearbeitet hat, dass er all das nur getan hat, um Diane davon zu berichten, sie damit zu umwerben, zu bezirzen und sie dann wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Und das wäre krass. Also wenn du wirklich jahrelang nach Trennung noch das Gefühl hast, du musst deinem Ex-Partner so wehtun. Und Diane hat ja einfach nur Schluss gemacht. Also der hat dem jetzt ja nichts super Schlimmes angetan. Hui, also das sind Rache-Gefühle, die verdammt gefährlich sind. Ted sagt darüber, ich wollte mir nur beweisen, dass ich sie hätte heiraten können. Es war also ein Spiel für ihn. Und im selben Jahr, in dem er Diane hat fallen lassen, beginnt er seine Mordserie. Und nicht nur das. Viele seiner Opfer ähnelten Diane auch extrem. Sie hatten lange dunkle Haare, einen Mittelscheitel. Sie waren attraktiv und jung. Oft auch aus gutem Hause. Genau wie Diane. Eine Frau berichtete sogar, dass sie bereits bei Ted im Auto saß. Dass er bereits dabei war, sie zu entführen. Dann aber bemerkte, dass sie vor kurzem beim Friseur war. Er flippte aus, schrie sie an und warf sie daraufhin aus dem Auto. Ted hatte nämlich die Angewohnheit, seine Opfer häufig schon auszuspähen. Er suchte sich die Frauen aus, die in sein Opferprofil, aka in Dianes Profil, passten. Und diese Dame hatte sich wohl am Vortag überraschenderweise die Haare abgeschnitten. Etwas, womit Ted nicht gerechnet hatte. Und das war Grund genug für ihn, sie dann rauszuschmeißen. Die Frauen mussten aussehen wie Diane. Das führte übrigens dazu, dass zu der Zeit viele Damen ihre Haare irgendwann färbten oder Abschnitten oder Perücken trugen, weil sie Angst davor hatten, das nächste Opfer zu werden. Höchstwahrscheinlich war Karen Sparks, eine 18-jährige Studentin der Washington University, Teds erstes Opfer. Am 4. Januar 1974 bricht er damals in ihre Wohnung ein. Er schlägt auf sie mit einer Metallstange ein und missbraucht sie danach sexuell. Karen überlebt diesen Angriff. Sie lag 10 Tage lang im Koma und leidet seither an körperlichen Einschränkungen. Schon kurz darauf entführt Ted dann die 21-jährige Linda Ann Haley vom Campus der University of Washington in Seattle und erwürgt sie zu Tode. Ihre Leiche wird später auf dem Taylor Mountain gefunden, der sich etwa 25 Meilen außerhalb von Seattle befindet. Und so geht es immer weiter. Monat für Monat, Woche für Woche. Viele dieser Mädels verschwinden einfach, ohne dass man jemals etwas wieder von ihnen findet. Von anderen findet man nach einer gewissen Zeit ein paar Knochen. Viele Spuren führen in Richtung Taylor Mountain. Das war eine der Lieblingsstellen, wenn man das so makaber sagen kann, von Ted, um die Überreste der Mädchen zu verstecken. Ted macht auch keinen Halt davor, zwei Frauen gleichzeitig zu töten. So entführte und ermordete er Janice Ann Ott und Denise Nasluth am Lake Samish bei Seattle. Ted bat die beiden Damen um Mithilfe. Er müsse etwas von seinem Boot verladen und schaffe es nicht alleine. Im September findet ein Jäger die Leichen der beiden Mädchen in den Wäldern von Washington. Und was ich daran so wahnsinnig finde, ist, dass all diese Mädchen oder die meisten von ihnen an derselben Universität studierten wie er, an der University of Washington. Alle in Seattle. Es waren wirklich andere Zeiten. Zeiten, in denen es einem Mörder möglich war, im eigenen Umkreis zu morden, ohne erwischt zu werden. Und immer dann, wenn Ted seinen Standpunkt, seinen Lebensmittelpunkt änderte, wenn er umzog, dann zogen die Morde mit ihm, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre. So geht es für ihn irgendwann nach Utah und ihr könnt euch vorstellen, wo die nächsten Morde stattfinden werden. Im November 1974 versucht Ted es wieder mit einer seiner beliebtesten Maschen. Carol Daronch arbeitet gerade. Sie arbeitet in einem Klamottenladen, als plötzlich ein Mann zu ihr kommt. Er gibt sich als Polizist aus und verkündet ihr, dass in ihr Auto eingebrochen worden sei. Sie solle doch einmal mit rauskommen und sich die ganze Sache mit ihm anschauen. Carol hat schon früh ein seltsames Gefühl. Noch im Laden verlangt sie von diesem Polizisten, die Dienstmarke zu sehen. Und da dachte ich mir, Carol, du bist es einfach. Wenn man ein blödes Gefühl hat, finde ich, sollte man immer darauf hören. Ich weiß, die ein oder anderen glauben nicht so richtig an Intuition, aber ich muss sagen, ich habe es noch nie bereut, auf ein schlechtes Bauchgefühl zu hören. Aber ich habe es schon oft bereut, nicht darauf gehört zu haben. Und so auch in diesem Fall. Carol hat dieses schlechte Gefühl. Sie vertraut diesem Mann nicht wirklich. Aber Ted ist vorbereitet. Er zückt eine Dienstmarke, keine Ahnung, wo er die her hat, und Carol dackelt daraufhin mit ihm hinaus. Das schlechte Gefühl geht aber mit ihr. Und als sie dann bei Ted im Auto sitzt, um auf die Wache zu fahren oder so, legt er ihr plötzlich Handschellen an. Er versucht es zumindest, denn Carol, die die ganze Zeit ja schon irgendwie in Achtstellung war, schafft es, sich aus seinem Griff zu winden und aus dem Auto zu springen. Sie entkommt ihn und zeigt ihn sofort bei der Polizei an. Aber es passiert nichts. Noch in derselben Nacht begeht Ted schon den nächsten Mord. Die 17-jährige Deborah John Kent wird außerhalb ihres Hauses von Ted gefasst und nie wieder gesehen. Und so geht es die ganzen nächsten Jahre weiter. Und dann, im Sommer 1975, scheint es so, als würde Ted endlich ein Ende gesetzt werden. Er wird verhaftet. Ted wird nämlich von der Polizei angehalten. Es ist eine Fahrausweiskontrolle. Doch sie bemerken, dass der Beifahrersitz in Teds Auto fehlt. Ja, warum, fragt man sich da, um etwas mehr Platz für seine Opfer zu machen. Darauf kommt der Polizist jetzt nicht sofort, aber ihm kommt das Ganze auf jeden Fall spanisch vor. Und so bittet er Ted darum, aus dem Auto anzusteigen und fängt an, dieses Auto zu durchsuchen. Und er stößt auf etwas, was man nur als Mörder-Kit bezeichnen kann. Im Auto liegen nämlich Masken, Handschuhe, ein Seil, ein Brecheisen, Müllbeutel und Handschellen. Ted beginnt sofort damit, irgendwelche kruden Dinge von sich zu geben, um dieses Mörder-Kit zu entschuldigen. Er würde gerade umziehen und er brauche diese Werkzeuge. Die Polizei ist aber nicht überzeugt. Stattdessen erinnern sie sich an die Beschreibung eines Autos. Ein Auto, welches seit ein paar Monaten in den Zeitungen kursiert und mit den verschwundenen Mädchen im Zusammenhang stehen soll. Und eben dieses Auto steht nun vor ihnen. Und jetzt kommt's, Freunde. Man denkt ja wirklich, jetzt ist es soweit. Jetzt wird diesem ekligen Typen endlich ein Ende gesetzt. Was gibt es Auffälligeres als dieses Auto in Kombination mit diesem Werkzeug? Aber Ted wird am nächsten Tag gegen Kaution freigelassen. In seiner Wohnung konnte man wohl nichts Auffälliges finden und ihn deswegen nicht festhalten. Aber es gibt ja noch Carol, das Mädchen, das den Angriff von Ted überlebt hat. Und die hat sich ja bei der Polizei gemeldet. Lange genug wurde ihr nicht richtig zugehört. Nun wird sie aber für eine Gegenüberstellung geladen. Und Ted versucht vorher, alles um sein Aussehen zu verändern. Er rasiert sich, macht sich die Haare anders, versucht anders zu gucken. Aber Carol weiß noch genau, wer dieser Mann war, der ihr das alles antun wollte. Sie zeigt sofort auf Ted, als sie ihn auf der Wache wieder sieht. Und so kommt es zu seiner ersten Verurteilung wegen Entführung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Freude, Ted endlich hinter Gittern zu sehen, wehrt aber nur kurz. Schon bald wird er gegen eine Kaution freigelassen. Schon wieder. Kurze Zeit später wird er aber bereits erneut angeklagt. Diesmal wegen des Mordes an Karen Campbell. Karen war damals im Urlaub gewesen, als sie auf Ted traf. Er tötete sie mit Schlägen auf den Kopf und versteckte ihre Leiche ein paar Meilen vom Gasthaus entfernt. Für Ted beginnt nun der Prozess und was soll ich sagen? Er liebte es. Er bestand darauf, sich selbst zu verteidigen. Und dafür darf er sich dann ohne Handschellen frei durch das Gebäude bewegen. Und das nutzt er aus. An einem Morgen bittet er das Personal, die juristische Bibliothek zu verlassen. Er sagt, er wolle sich in Ruhe in die Themen einlesen und sich optimal verteidigen. Sich darauf vorbereiten. Und die Wächter gehen. Es ist unfassbar. Auf jeden Fall entdeckt er natürlich ein offenes Fenster und haut ab. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es einfach nur lächerlich. Natürlich wussten die nicht, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben. Aber dass dieser Mann gefährlich ist und bereit ist, Frauen wehzutun, das war bekannt. Naja, ich will mich nicht zu sehr aufregen. Reden wir weiter. Er springt zwei Stockwerke tief aus diesem Fenster in seine Freiheit. Dabei tut er sich noch so ein bisschen weh. Ich glaube, er hat sich eine Sehne gerissen oder so. Aber ganz ehrlich, hat hier irgendwer Mitleid mit ihm? Ich glaube nicht. Er hat sich auf diese Flucht auch schon vorbereitet. Er war nämlich dick eingepackt, hatte mehrere Lagen an Klamotten an, um dann in den Bergen rund um das Gefängnis klar zu kommen. Mehrere Tage lang streift er dann durch die Wälder. Er war sich sicher, dass die ganzen Ortsausgänge kontrolliert werden würden, weshalb er sich dazu entschloss, erst mal im Ort selbst zu bleiben. Jedoch wird er nach einer Woche wieder gefasst. Im Glenwood Springs Gefängnis wird er dann inhaftiert und wegen Flucht, Einbruch und Diebstahl angeklagt. In der nächsten Zeit fängt Bundy damit an, ganz viel Körpergewicht zu verlieren. Er soll sich rund 15 Kilo von den Rippen abgemagert haben. Ein Zellennachbar berichtet davon, dass aus Teds Zelle nachts immer komische Geräusche kommen würden. Die Wärter erklären sich das mit Mäusen und Ratten in der Zelle und schenken dem Ganzen keine Aufmerksamkeit mehr. Teds Plan reift in dieser Zeit heran. Es sind nämlich keine Ratten und Mäuse, die leben alle bei mir im Keller, wie ihr vielleicht von Instagram mitbekommen habt. Er möchte durch einen Schacht in seiner Zelle abhauen. Und dieser Schacht ist sehr, sehr schmal und deswegen ist Ted nun auch sehr, sehr schmal. Er hat sich abgemagert, um durch diese Lücke zu passen und das mit Erfolg. Am Abend seines Ausbruchs packt er Bücher und Kissen unter seinen Bettlaken, um einen schlafenden Ted zu simulieren. Dann klettert er durch das Loch. Er klettert durch einen Hohlraum und springt im Wohnraum der Wärter wieder raus. Es ist Silvester und die meisten Wärter sind bei ihren Familien, um zu feiern. Das war natürlich kein Zufall. Ted hat sich diesen Tag genauso ausgesucht und ist genauso geplant. Und nun wirft er sich Kleidung der Wärter über und spaziert aus dem Gefängnis, als sei nichts gewesen. Erst 15 Stunden später wird er als Vermisst gemeldet. Es ist unfassbar. Er trampt dann sofort nach Denver, fliegt nach Chicago, nimmt einen Zug nach Ann Arbor, Michigan und fährt dann mit einem gestohlenen Auto nach Atlanta, Georgia und nimmt von dort an einen Bus nach Florida. Also der versucht einfach jede Spuren hinter sich zu lassen, alles zu verwischen, viele Ecken einzubauen, damit man ihn bloß nicht findet und dann begeht er unter anderem die brutalsten Verbrechen seiner mörderischen Karriere. Viele beschreiben das auch als einen Wendepunkt in Teds Laufbahn. Der war nämlich bis zu diesem Tag an sehr organisiert. Er hat seine Verbrechen geplant, er war vorbereitet, er hatte das Werkzeug in seinem Auto, den Beifahrersitz hatte er rausgeschmissen, um Platz für seine Opfer zu machen. Er war bereit, jederzeit einen Mord zu begehen und das ohne Spuren zu hinterlassen. Doch es scheint als sei ein Schalter in ihm umgelegt worden. Ted mutierte in dieser Nacht zu einer noch brutaleren Bestie als die, die er schon war. Am frühen Morgen betritt er das Haus der Studentenverbindung G-Omega der Florida State University. Er schleicht sich in das Zimmer von Margaret Bowman. Dort schlägt er auf sie ein, bis er sie mit einem Strumpf erwürgt. Danach geht er einfach zu ihrer Zimmernachbarin über. Die 20-jährige Lisa Levy wird auch von ihm erwürgt und erschlagen. Bei ihr ist er noch brutaler. Er beißt in ihrem Po und beißt ihr einen Nippel ab. Anschließend vergeht er sich an ihrer Leiche und geht danach ein Zimmer weiter. In diesem Zimmer schlafen Anne Chandler und Kathy Kleiner. Er verprügelt die Frauen. Beide weisen gebrochene Kiefer, überleben sie, wenn auch nur knapp. Diese abscheulichen Taten führt Ted in gerade mal einer Viertelstunde durch. Wie ein Monster streift er dort durch die Gänge und Zimmer, immer auf der Suche nach neuen Opfern. Und er ist dabei eben gar nicht mehr organisiert. Er achtet nicht darauf, ob er Spuren hinterlässt, ob es laut ist. Er will einfach seiner Mordlust Raum machen. Sein nächstes Opfer ist Cheryl Thomas. Sie begegnet ihm auf den Flur und er schlägt auf sie ein, zertrümmert ihren Schädel, aber auch sie überlebt diesen Angriff. Überraschenderweise wie durch ein Wunder. Nach diesem Angriff bleibt Cheryl für ihr Leben lang taub. Teds nächstes Opfer ist gerade mal zwölf Jahre alt. Nachdem er sie vergewaltigte und tötete, wird er gefasst. Sie soll nämlich in seinem Auto angehalten. Nachdem die Beamten sein Kennzeichen überprüften, stellen sie fest, dass es sich bei Teds Auto um ein gestohlenes Auto handelt. In seinem Auto finden sie drei Ausweise von den gerade erst ermordeten Mädchen sowie 21 gestohlene Kreditkarten und einen gestohlenen Fernseher. Aber die Polizei checkt immer noch nicht, dass es sich bei diesem Mann um den berüchtigten Serienkiller handelt, sein Unwesen treibt. Grund dafür war natürlich auch die damalige Zeit. Es gab keine allumfassenden Computersysteme, wo du hier in Deutschland einen Namen eingibst und das FBI und was weiß ich Bescheid wissen und alle miteinander vernetzt sind und man so weltweite Suchaktionen starten kann, sondern die Polizeipräsidien haben damals sehr lokal gehandelt oder auch nicht gehandelt in dem einen oder anderen Fall und kaum miteinander kommuniziert. Und da Ted ja hin und wieder seinen Lebensmittelpunkt verschoben hat, umgezogen ist, weitergezogen ist, ja, war das alles immer lokale Angelegenheit und wurde nie miteinander verknüpft. So kriegt man Ted erst für die beiden Morde an Levy und Bowman dran, sowie wegen dreifach versuchten Mordes und Einbruch. Im Prozess heiratet Ted dann 1980 Carol Ann Boone. Die beiden kannten sich noch damals aus Washington. Während der Zeit, wo die beiden sich kennengelernt hatten, war Ted eigentlich mit Liz noch liiert, aber ja, das hat er wohl nicht so genau genommen mit der Treue. Auf jeden Fall heiraten Ted und Carol und da dachte ich mir, wie kann eine Frau das machen? Wie kannst du als Frau jemanden heiraten, der anderen Frauen so etwas angetan hat? Wir müssen doch zusammenhalten. Ich verstehe das nicht. Auch die Frauen, die an Serienkiller, hier Chris Watts zum Beispiel, der kriegt so viele Liebesbriefe. Er hat seine Frau und seine Kinder getötet. Wieso kriegt dieser Mann Liebe und Aufmerksamkeit von anderen Frauen? Wir sind doch ein Team, denke ich mir dann immer. Carol sagt später, dass sie davon ausgegangen ist, dass Ted unschuldig war und dass sie deswegen zu ihm gestanden hat. Die beiden kriegen sogar eine Tochter zusammen und irgendwann lässt sich Carol dann auch von ihm scheiden. Und trotzdem denke ich mir, wirklich, wir Frauen, und wenn wir nicht zusammenhalten, was haben wir denn da noch? Dann sind wir ja verloren. Wir müssen schon ein Team sein. Und wenn jemand Frauen was Böses tut, dann darf der halt nicht mehr mitmachen. Dann hat er Pech gehabt. Dann kriegt er keine Lieben mehr. Ich finde das so doof. Auf jeden Fall gesteht Ted dann kurz vor seiner Hinrichtung, zu die er verurteilt wurde, alle seine Verbrechen. Zumindest die Verbrechen, mit denen man ihn dann irgendwann in Verbindung gebracht hat. Die Verbrechen, die man ihm nachweisen konnte, weil er zu der Zeit am richtigen Ort war zum Beispiel. Wie gesagt, vermutet man aber eine viel, viel höhere Dunkelziffer. Es wird davon ausgegangen, dass Ted vielleicht 100 bis 300 Frauen tötete. Nach wie vor gibt es Frauen, die verschwunden sind, wo die Familien bis heute nicht wissen, was passiert ist. Frauen, bei denen vermutet wird, dass auch sie Ted zum Opfer gefallen waren. Am 24. Januar 1989 soll Ted dann durch den elektrischen Stuhl hingerichtet werden. Viele Menschen schalten an diesem Tag den Strom zu Hause ab. Das soll wohl dazu führen, dass Ted eine höhere Stromzufuhr auf dem elektrischen Stuhl bekommt und qualvoller stirbt. Außerdem versammeln sich die Menschen vorm Gefängnis, um seinen Tod zu zelebrieren. Boah, ist auch ganz schön makaber. Ich will ihn auf gar keinen Fall schützen, aber es erinnert mich so an das Mittelalter, wo das ja wirklich so ein richtiges Volksfest war, wenn irgendwer da öffentlich hingerichtet wurde. Gruselig. Ted bekennt sich am Ende zu 36 Morden in mehreren Bundesstaaten. Die genaue Zahl werden wir jedoch niemals erfahren. Ted selber gestand, dass er viele Morde nicht zugeben würde, um die Familien der Opfer zu schützen. Zum Beispiel, weil die Opfer zu jung waren. Und da man weiß, dass er mehrere Zwölfjährige getötet hat, graut es einem bei der Vorstellung, was für ihn zu jung war, um es zu gestehen. Wie jung waren die jüngsten Opfer? Hat er Kinder getötet? Also Zwölfjährige sind ja auch noch Kinder. Und er meint, es gab weitaus jüngere Opfer. Außerdem kursiert die Frage, wieso Liz noch lebt. Liz, die ja ihren Alltag mit diesem Mann teilte. Liz, die übrigens immer wieder versucht hat, der Polizei zu stecken, was Ted wohl treiben könnte. Man könnte ja meinen, dass sie irgendwie nichts gesagt hat oder warum hat sie nicht geholfen, warum hat sie ihn nicht verpetzt, aber das hat sie versucht. Sie ist zum Polizeipräsidium gegangen, sie hat angerufen, sie hat aber keiner wollte ihr zuhören. Und da dachte ich mir, wie schrecklich muss es für Liz gewesen sein, die Zeit, in der sie vermutet hat, dass ihr Partner hinter dieser Mordserie steckt, eine Zeit, in der ihr keiner helfen oder zuhören wollte. Viele denken, dass Ted Liz nicht umgebracht hat, weil er sie zu sehr liebte und dass er vielleicht, um Liz zu schützen, immer rausgegangen ist, um andere zu töten. In einem Telefonat nach der Verhaftung fragt Liz Ted, ob er sie benutzte, um Kontakt zur Realität zu haben, da er oft mit ihr sprach oder sich an sie wandte, bevor oder nachdem er jemanden tötete. Ted antwortete, ja, das ist eine ziemlich gute Vermutung. Ich habe keine gespaltene Persönlichkeit. Ich habe keine Blackouts. Ich erinnere mich an alles, was ich getan habe. Die Macht würde mich einfach verzehren. Eines Abends zum Beispiel ging ich am Campus vorbei und folgte dem Mädchen aus der Studentenverbindung. Ich wollte ihr nicht folgen. Ich habe versucht, es nicht zu tun, aber ich habe es trotzdem getan. Außerdem vermuten manche, dass Liz für Ted die perfekte Tarnung war. Sie hatte eine süße Tochter, die aufrechterhalten. Der engagierte Politiker mit der hübschen Frau, der kleinen Tochter, die zwar nicht seine war, aber das musste ja keiner wissen und das sah nach außen hin natürlich sweet aus. Außerdem würde er, sollte man Liz tot auffinden, direkt zum Hauptverdächtigen werden. Ted zufolge lag es einfach an seiner unendlichen Liebe Liz gegenüber. Puh, ja, und so schließt sich der heutige Fall. Ich muss sagen, es ist ein ganz schönes Brett. Ich werde nie verstehen, wie jemand so viel Brutalität in sich tragen kann, wie er dort durch das Verbindungshaus gegangen ist und einfach nur getötet und verletzt hat. Ich verstehe nicht, wie so etwas in einem Menschen zustande kommen kann. Ich muss sagen, dass es mir unfassbar leid tut, vor allem für all die Familien, die nach wie vor nach ihrer Opfer von Ted Bundy waren. Ich hoffe, dass alle in Frieden ruhen können und mir fehlen die Worte. Er soll richtig schmoren, egal wo der jetzt gerade ist. Ich hoffe, da ist es wirklich blöd und nicht schön und am Ende kann ich sagen, lasst uns trotzdem einander helfen. Ich weiß, dieser Fall schreckt ganz schön ab, weil man sich denkt, hätten die Mädels ihm nicht geholfen. Folgt eurem Bauchgefühl auf jeden Fall, wenn ihr denkt, mit dem will ich jetzt nicht mitgehen. Ich weiß, ich würde gerne hier meine Hilfe anbieten, aber hier habe ich ein grummiges Gefühl. Immer auf das Bauchgefühl hören, wenn ihr mich fragt, aber lasst uns trotzdem einander helfen. Es bringt ja auch nichts, wenn wir nur noch misstrauisch gegenüber allen anderen sind, dann wird das Leben ja auch einsam. Ihr merkt, ich habe nicht wirklich was kluges zu sagen. Ich finde den Fall so grausam und muss glaube ich erstmal durchatmen. Aber ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend und habt jetzt noch weiterhin einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020